Eine noch bessere Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, denn die wird immer wichtiger für uns als CIO. Wir als Business Partner müssen mit dem Fachbereich ständig zusammenarbeiten, müssen die Probleme gemeinsam angehen. Es geht nicht, dass jeder für sich alleine kämpft. Und das wünsche ich mir im Jahr 2012, dass die besser wird.